Hey YouTube, willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal und heute ein aktualisiertes Taktik Setup von mir, denn ich habe seit neuestem eine neue Formation, die ich Main spiele und die ich jetzt auch in den letzten 40 Spielen, ja fast 40 Spiele übergezockt habe in Rivals und in der Weekend League und seitdem habe ich erst zwei Spiele verlosen und ja, sehr viele haben mich in der Weekend League auch gefragt im Stream, wie diese Formation aussieht und die Taktik und das werde ich euch heute zeigen und dann auch die weiteren Formationen, die ich in meinem Taktik Setup drin habe und wenn euch das Video gefällt, gerne einen Daumen nach oben da lassen, gerne auch ein Abo da lassen, falls ihr es nicht getan habt und wenn ihr Fragen habt, schreibt sie unten in die Kommentare. Wir gehen jetzt rein in mein Taktik Setup. Das ist mein Team, klar das ist natürlich auch ein sehr heftiges Team und das muss man auch zu der Formation, die ich euch gleich zeigen werde, sagen, dass man einiges beachten muss und zwar geht es um die Dreierkette, um das 3-4-2-1. Man muss halt sein Team so aufstellen, dass man in-game auf jeden Fall drei vernünftige Innenverteidiger hat, aber dass auch LM und RM Schienenspieler sind, sprich das sind Spieler, die sowohl in der Offensive als auch in der Defensive Qualitäten haben. Also nicht reine Flügelspieler, weil reine Flügelspieler haben meistens sehr schwache Defensivqualitäten und deswegen, klar mit Theo Hernandez-Totti und Hakimi-Totti habe ich mit die besten Optionen, die es da gibt, aber auch die anderen Varianten von diesen Spielern, ja ob es ein Theo Hernandez die World Cup Karte ist oder ein Hakimi World Cup, gehen da natürlich auch klar oder halt auch so Spieler wie Carlos Alberto, Eiken, Cafu Eiken, der Alfonso Davies-Totti-Nomini. Da müsst ihr auf jeden Fall darauf achten, wenn ihr diese Dreierkette spielen wollt, die ich euch gleich zeige, dass ihr dort auf jeden Fall vernünftige Schienenspieler habt, die in der Offensive nach vorne gehen können, aber auch in der Defensive zurück, denn in der Defensive werden die sich halt zurückorientieren und dann wird es quasi wie so eine Fünferkette, die sich dann aufbaut. Das ist ganz, ganz wichtig und ich zeige euch jetzt meine Taktiken dazu. Ihr seht jetzt 3-4-2-1, so sieht die Formation aus in-game. Ihr seht da links Theo Hernandez und rechts Hakimi und dann haben wir natürlich auch zwei zentrale Mittelfeldspieler. Zidane habe ich erst seit neuestem drin, mit dem habe ich noch gar kein Spiel gemacht in dieser Formation. Ich hatte da immer Xavi Alonso drin stehen, neben Bellingham und ich muss sagen, Xavi Alonso gefällt mir richtig, richtig gut. Also wäre auf jeden Fall auch eine Option, die man da reinhauen kann. Und ja, ihr seht es, die drei Innenverteidiger, Sergio Ramos, Patrick Viera rückt halt aus dem Mittelfeld zurück. Müsst ihr halt gucken, ob ihr auch so startet wie ich in der Viererkette, wo ihr dann einen Mittelfeldspieler habt, der dann in die Innenverteidigung reingehen kann oder ob ihr halt direkt in der Dreier- oder Fünferkette startet und dann in-game switcht. Da müsst ihr halt drauf achten. Aber ja, das ist halt das Besondere an dieser Formation. Wir haben halt wie beim 4-3-2-1, was ja mit die beliebteste Formation in FIFA 23 ist, haben wir die Aufteilung in der Offensive mit den drei Stürmern. Und dann haben wir aber auch mal zusätzlich eine etwas stabilere Mannschaft gegen den Ball, weil sich das Ganze halt dann wie so eine Fünferkette verhält. Hakimi und Theo Hernandez rücken zurück. Dann hat man halt die drei Mittelfeldspieler, die drei Innenverteidiger die Zentrale zumachen, mit den beiden Spielern vor der Kette. Und das ist halt das Besondere an dieser Formation. Bei den Taktiken sieht es so aus, ausgeglichen Breite 40 und Tiefe 70, Aufbauspiel auf ausgeglichen Chancen, Arbeitung auf direkte Pässe, Breite auf 50 Spielern, Strafraum auf 6, Ecken und Freischüsse auf 2 und 3. Bei den Anweisungen, der Stürmer in der Mitte kriegt zentral orientieren und Abwehr überlaufen. Der linke Stürmer als auch der rechte Stürmer kriegen keine zusätzliche Anweisung, also alles auf Standard. Der LM kriegt Defensiv verstärken, das ist es halt. Gegen den Ball geht er dann mit nach hinten, lässt sich dann quasi wie in so eine Fünferkette als LAV nach hinten fallen. Und deswegen ist halt wichtig, dass wir dort Spiele haben, die halt auch Defensivqualitäten haben. Weil der Stat Defensivbewusstsein ist zum Beispiel sehr, sehr wichtig in der Hinsicht, weil umso höher der Stat ist, umso schneller nimmt dieser Spieler dann gegen den Ball die Position in der Defensive ein. Und ja, Defensiv verstärken und verflanken den Strafraum auf Theo Hernandez und auf der rechten Seite mit Takemi genau dasselbe. Also der LM auch Defensiv verstärken und verflanken den Strafraum. Die beiden Mittelfeldspieler kriegen hintenbleiben bei Angriffen und Mitte abdecken. Die drei Innenverteidiger auf Standard, keine zusätzliche Anweisung und der Keeper auf Flankenfänger. Und das ist das 3-4-2-1. Test es gerne aus, ist halt wirklich eine Formation, die richtig, richtig nice ist, wenn man sie spielen kann. Man kann den Gegner richtig gut dominieren. Man ist in der Defensive sehr stark aufgestellt und in der Offensive, ähnlich wie das 4-3-2-1 aufgebaut, ist halt schon sehr nice. Und jetzt kommen wir weiter zu den anderen Formationen. Das ist jetzt aktuell meine Main-Taktik. Meine Main-Taktik, die ich davor hatte und die haben wir auch schon ein paar Mal in den letzten Videos gehabt. Da hat sich nicht wirklich viel geändert, ist weiterhin das 4-3-2-1. Defensivstil ausgeglichen, Breite auf 45, Tiefe 69, Aufbauspiel ausgeglichen, direkte Pässe, Chancenarbeitung, Breite 45, Spieler im Strafraum 6, 2 Ecken und Freischüsse 3. Bei den Anweisungen der zentrale Stürmer zentral orientieren, der linke Stürmer zentral orientieren und ab für überlaufen und der rechte Stürmer zentral orientieren, ab für überlaufen und Defensive verstärken. Ich werde jetzt nicht mehr genau darauf eingehen oder ins Detail darauf eingehen, was beim 4-3-2-1 so besonders ist. Das haben wir schon etliche Male durchgesprochen und dabei in Anweisungen. Der rechte ZM kriegt bei mir Mitte abdecken, der mittlere hintenbleiben bei Angriff nur Mitte abdecken und der linke auf Standard. Keine Zusatzanweisung, Flügel abdecken ist halt da auch ganz wichtig, dass sich dann quasi diese zweite Viererkette bildet. Die beiden Innenverteidiger auf Standard, der linke Verteidiger auf hintenbleiben bei Angriffen und der rechte Verteidiger auf Ausgewogen. Auch alles auf Standard und der Keeper Flankenfänger. Dann kommen wir zu der Formation, die ich nutze, wenn ich vorne liege und irgendwie das Spiel runterspielen muss. Der Gegner hat ständig ja Druck an. Meine Formation, um das Spiel halt quasi über die Zeit zu bringen, ist das 5-4-1 ausgeglichen. Breite 45 jetzt die Tiefe natürlich ein bisschen runtergeschraubt. Auf 55 Aufbauspiel ausgeglichen. Schorzenarbeitung bleibt trotzdem auf direkte Pässe. Breite auf 50 Spieler am Strafraum schrauben wir auch runter. Wir wollen nicht mehr mit allem Mann vorne rein quasi. Wollen nicht ausgekontert werden in der Situation. Und Ecken und Freischüsse bleibt immer auf 2 und 3 bei mir in den meisten Formationen. Die Anweisungen sehen so aus. Der Stürmer kriegt defensiv verstärken. Die beiden zentralen Mittelfeldspieler hintenbleiben bei Angriffen und Mitte abdecken. LM kriegt defensiv verstärken, außenbleiben. Und die Außenverteidiger kriegen hintenbleiben bei Angriffen. Die Seinenverteidiger auf Standard und der Keeper auf Flankenfänger. Und dann haben wir natürlich noch die Comeback-Taktik. Wir liegen hinten. Wir müssen unbedingt Tore erzielen. Ständiger Druck. Breite 50. Tief auf 80. Aufbauspiel schneller Aufbau. Chancenarbeit auf direkte Pässe. Breite auf 60. Spieler am Strafraum. Alles voll. Hier kann man eigentlich auch Ecken und Freischüsse hochschrauben. Wir wollen ja irgendwie die Box gut besetzen. Bei den Anweisungen sieht es so aus. Ich merke gerade, dass ich hier wahrscheinlich noch die Position anpassen muss. Wobei, nee, das passt so. Wenn es soweit kommt, muss ich E wechseln und einen der drei Mittelfeldspieler rausnehmen. Auf jeden Fall der LM vornbleiben, in die Mitte ziehen, energisches Abfangen. Der RM vornbleiben, in die Mitte ziehen, energisches Abfangen und Abfüber laufen. Der Stürmer zentral orientieren und Abfüber laufen, energisches Abfangen und vorne bleiben. Und der andere Stürmer kriegt auch dieselben Anweisungen bis auf Offensivläufe. Er kriegt nicht Abfüber laufen, damit sich da so eine kleine Asymmetrie bildet. Und somit auch in der Viererkette oder Fünferkette, was der Gegner, je nachdem was er spielt, auch Verschiebungen passieren. Indem der eine Innenverteidiger mit dem anderen Stürmer mitläuft und der andere Stürmer von uns ein bisschen stehen bleibt, entsteht ja eine Verschiebung, indem die Kette dann nicht mehr auf derselben Höhe steht. Die beiden zentralen Mittelfeldspieler kriegen nur Mitte abdecken. Die beiden Innenverteidiger auf Standard, beziehungsweise, ne, die kriegen beide engere Deckung. Das ist auch ganz wichtig, engere Deckung. Wir wollen hoch stehen, wir wollen schon an der Mittellinie stehen. Wir sind jetzt in der Risikosituation, dass unsere Verteidiger halt in der 1 gegen 1 Situation sind und sollen halt direkt am Mann stehen. Deswegen engere Deckung. Die Außenverteidiger mit angreifen, energisches Abfangen, übergreifend und engere Deckung. Das gleiche gilt auch auf den Rechtsverteidiger und der Keeper, Flankenfänger und Torwart Libero. Das ist die Comeback-Taktik. Wie gesagt, es ist immer wichtig, ein Taktik-Setup ausgewählt zu haben oder eingestellt zu haben. Bei mir ist es immer so, ihr habt es jetzt gesehen, aus zwei Main-Formationen, zwischen denen ich switchen kann, falls es ingame nicht ganz rund läuft. Und ich denke, okay, mit der anderen Formation könnte ich jetzt eventuell das Spiel ein bisschen kippen. Dann natürlich eine Taktik zum Runterspielen des Spiels und eine Comeback-Taktik ist halt ganz wichtig, ist etwas, was am Ende den einen oder anderen Sieg mehr bringen kann in der Weekend League. Denn das Schlimmste ist zum Beispiel eine Situation, ihr liegt hinten, es ist jetzt mittlerweile schon die 70. Ingame-Minute und ihr müsst erst noch auf Pause drücken, um eine ständige Druck-Taktik reinzuhauen. Und wenn ich das zum Beispiel sehe bei meinem Gegner, dass er hinten liegt und in der 75. Minute immer noch kein ständiger Druck hat und dann geht diese Pausen-Anmeldung an, dann weiß ich ganz genau, dass er keine ständige Druck-Taktik eingestellt hat. Und versuche natürlich so lange wie möglich den Ball im Spiel zu halten, damit es nicht zu dieser Pause kommt, sodass er gar nicht erst auf ständiger Druck umstellen kann. Und deswegen sollte man sowas immer in einem Taktik-Setup drin haben. Und so sieht meins aus. Könnt ihr natürlich gerne einfach mal eins zu eins übernehmen und testen. Spielt aber auch gerne mal rum mit den Reglern, denn wie gesagt, es ist immer eine individuelle Taktik, wo es natürlich auch wichtig ist, vor allem in dieser Dreierkette, dass man vernünftige Spieler hat. Man muss jetzt nicht die überklassenen Spieler haben, wie ich sie in meinem Team habe, aber man sollte gucken, dass dort auf den Positionen auch die Spieler stehen, dass man das Ganze gut umsetzen kann. Ja, vor allem LM und RM in der Dreierkette. Sehr, sehr wichtig, dass dort vernünftige Schienenspieler stehen. Und ja, testen es gerne aus. Ich bin raus. Peace out und ciao. Beijo. U